Hallo Leute, ich bin der Primaries Cops und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde Modern Warfare 3 Online. Wir spielen wieder frei für alle, wieder auf Terminal. Äh, was heißt wieder auf Terminal? Bist du dumm? Ähm, wieder frei für alle, aber auf einer anderen Map, Terminal, so. Ähm, und wieso wieder frei für alle? Ganz einfach Leute, ich hab euch versprochen, dass ich es besser machen werde. Letztes Mal, letzte Folge. Und das ist jetzt nach dem Deutschlandspiel. Ja, es hat mal wieder gemüllert. 1 zu 0, aber bevor sich das so anhört, als ob ich diese WM nur für Deutschland wäre, ja. Sag ich mal, was da los ist. Ja, ich war, diese WM war ich für England, aber die sind ja leider ziemlich unverdient, meiner Meinung nach, rausgeflogen. Aber immerhin hat Bruni sein WM-Tor gemacht, das stellt mich natürlich glücklich. Und ansonsten bin ich noch für Chile, Leute, weil ich finde, Chile macht eine richtig kranke WM für ihre Mannschaftsverhältnisse. Ja, das ist genauso, wie wenn ich einen 50-Pluser spiele, dann ist das auch ziemlich krank. So, aber jetzt, äh, muss ich jetzt natürlich sagen, dass Terminal nicht unbedingt meine Map ist, aber, ja, ich versprochen, dass ich es besser machen werde. Und ich hoffe natürlich, dass ich es machen werden kann. Wir haben schon mal ein Trönchen. Das ist noch nicht besser als letztes Mal, weil letztes Mal ist ja schon nach ein paar Sekunden das Trönchen. Aber, ähm, letztes Mal war es auch am Ende ein 26 zu 14. Und darauf kommt es ja an, auf das Ende. Oh, 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 oh. Du bist Hund. Oder du bist Hund, doch, du bist Hund heißt der Typ, oder? Du bist Hund, ja. Auf jeden Fall haben wir den jetzt getötet. Also, ich bin nicht der einzige Deutsche, der im Moment zockt. Das finde ich schon mal gut. Ähm, joa. Nächstes Trönchen. Oh nein, oh nein, da kommt einer. Da ist er. Okay, den haben wir. Den haben wir hoffentlich auch gleich. Jawohl. Da war noch irgend so jemand. Ich weiß aber nicht wo. Also, setzen wir erstmal die Brillator-Rakete ein. Auf Terminal bringen die, glaube ich, sowieso nicht ganz so viel. Äh, die könnten wir aber holen. Oder auch nicht. Äh, das war ein bisschen risikoreich. Aber gut, was soll's. So. Leute. Kurz zur Heli. Den hatten wir letztes Mal nicht. Mal gucken, ob wir ihn bekommen. Den Helikopter. Na. Oh nein. Oh mein Gott, da ist jetzt einer. Oh, der hat mir zu viel Sorgen gemacht, weil er so hässlich gesprungen ist. Und dachte, der schießt schon lange auf mich. Und dann bin ich sofort erschrocken. So ein Spass. Jetzt bin ich beleidigt. Mann. Wie viel stehen wir? 8 zu 4 Arben, Mann. Das ist letztes Mal stand ich 7 zu 3. Das sieht mir jetzt noch nicht so viel besser aus. Nein. Okay, ich hab's ja versprochen. Es reicht ja auch, wenn ich mich nur ein bisschen verbessere. Ich hab ja nicht gesagt, in wie viel ich mich verbessere. Außerdem ist die Map gay. Ich weiß gar nicht, wie man die Map feiern kann. Aber gut. Ich will doch nicht wegen der Map rumheulen. Guck, genau deswegen ist die Map scheiße. Weil du einfach von überall weggeholt wirst. Hallo. Oh. Ja, seht ihr ja, Leute. Ich war hinter einer Wand. Aber egal. Ich wurde weggeholt. Was soll's, ne? So. Ich hole mir auch mal kurz. Und, äh, ähm, 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 dich. Was schließt du ab, Kollege? So, nächstes Drohne. Ja, unter 5 Tode wird nichts mehr. Wie letztes Mal auch schon. Aber 14 zu 6, da sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Oh, Mann, ey. Und wo sind die Leute? Da vorne sind ein paar. Da tummeln sich ein paar rum. Ja? Bei der Rolltreppe. Ich sagte zur Rolltreppe übrigens früher Fahrstuhl auch immer. Ich hab das immer verwechselt. Fahrstuhl und Rolltreppe. Ich weiß gar nicht, wieso. Wie kann man denn sowas verwechseln? Es ist doch klar, dass das eine ein Stuhl ist und das andere eine Treppe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er braucht einfach zwei Stunden, um die Waffe zu wechseln, Mann. Ja, das ist bestimmt auf jeden Fall drei Sekunden gebraucht. Was soll sowas? Ja. Ja, die stehen natürlich unter Druck. Wisst ihr, ich hab's euch versprochen. Ich möchte jetzt auch nicht zehnmal aufnehmen, bis es geklappt hat, Leute. Mann. So, mal gucken. Ja, Leute, guckt, das ist doch unfair, was die da abziehen mit mir. Das ist doch einfach nicht okay. Ich kenn die mehr ab. Ja, guckt, Leute. Das ist das. Mann. Ich kenn die mehr ab noch nicht mal komplett auswendig, wahrscheinlich. Okay, eigentlich kenn ich die schon recht gut, aber auswendig auf keinen Fall. Gibt's bestimmt ein paar Spots. Ich hab auf ihn gescheu... Ja, okay. Meine Fresse, ey. Wie viel? 16 zu 11. Letztes Mal eigentlich ein 26 zu 14. Also, das wäre echt ein bisschen kritisch. Ich streng mich jetzt nochmal an. Mann, das kennst du doch nicht. So, erstmal Granate hier hoch. Alter, da ist wieder irgend so jemand. Hier. Ja, und hinter mir auch. Ja, überall sehen sie euch. Was kann ich denn da dafür? Mein Gott, die nerven mich gerade richtig hart. So, stirb du erstmal. Dann noch... Was? Oh mein Gott. Äh, 19 zu 13. Das ist halt kritisch jetzt langsam. Ja, 19 zu 14. Das darf ich nicht mehr... Ich kann mich gar nicht mehr ver... Doch, ich kann noch... Ja, ich kann mich noch verbessern. Dann dürfte ich jetzt nicht mehr sterben. Muss 30 Kills machen. Feet. Ja, schaffst du mal. 20 zu 16. Lunaboy! Ey, ich bin gerade richtig pisst, meine Freunde. Richtig pisst bin ich. Ja. Guckt Leute, wenn ich pisst bin, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Dead aim. Ich habe ihn nicht mal gesehen, aber okay. Ich habe einfach mal dahingeschossen, in der Hoffnung, dass ich ihn irgendwie treffe, aber... Wenn ich ihn halt nicht mehr sehe. Guckt Leute, er ist schon wieder verschwunden. Der Typ, der hat einen Hack an, dass wenn man ihn trifft einmal, dass er dann unsichtbar wird. Irgendwie sowas. Oh Mann, ey. Werde ich doch negativ eigentlich? Das fängt ja gut an. Warte, gleich bin ich negativ, wenn das so weitergeht. Guckt Leute, ich verstehe das nicht, der verschwindet jedes Mal, wenn ich ihn anschieße. Ich rage hier jetzt gerade ein bisschen viel rum. Ich bin ja am überlegen, ob ich das hochladen sollte, weil ich finde das ja eigentlich nicht so gut, wenn meine Videos rumrage. Schau, ich habe bis jetzt noch keine großartige Beleidigung rausgehauen. Deswegen passt die Sache bis jetzt noch. Oh nein, verschwinde. Bitte, was ist denn da? Okay, den haben wir. Ach, mit einem Revolver, ist das dein Ernst? Oh, er hat die fast nicht gesehen, ey. Der stand da wie so eine Blume. Okay. So, hier wieder abchecken bestimmt, ob da nicht schon wieder jemand ist. Ja, da kann man der nächste hier hinzu. Kommt aber nicht, ja. Hat Angst bekommen jetzt natürlich. Erholen wir uns noch den Sieg, Leute. Erholen wir uns den Sieg. Dann kann ich mir nicht sagen, ich habe mich in der Platzierung verbessert. Und dann dürft ihr entscheiden, habe ich mein Versprochen gehalten oder nicht. Ja, das dürft ihr dann entscheiden. Aber bis jetzt habe ich den Sieg ja noch gar nicht inne, ja. Das wird richtig kritisch. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Oh Mann. Vor allem, ich finde keine Gegner. Was ist da los? Hoffentlich versucht er jetzt die Last Nice oder so. Ah, nee, versucht er. Okay, vielleicht hat er das versucht. Ich weiß es nicht. 26 zu 22, Leute. Ich habe mich um acht Tode verschlechtert. Er macht natürlich keinen Last Nice, ja. Nee. Man. Also. Ich könnte das zwar nicht, aber für mich war es kein Last Nice, Leute. Tut mir leid. Ich kann jetzt natürlich sagen, nächstes Mal mache ich es besser. Aber Leute, ich weiß halt nicht, wie ich es besser machen sollte. Als Trostpreis könnt ihr ja nochmal die Biestrunde von mir angucken, ja. Mission Lufthoheit 2.0, Leute. Das war einfach krank. Und deswegen würde ich sagen, könnt ihr mir die zwei schlechten Runden hoffentlich verzeihen, ja. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.